Mitten im Leben. Heute dabei Max Müller. Das ist der reiche Typ. So Max Müller, wir haben schon ein bisschen die Geschichte gehört. Wollen Sie noch was dazu sagen? Ja, ich bin reich. Meine Eltern verbieten mir aber ein Handy zu kaufen und bla bla bla. Und ja, jetzt will ich ein Handy haben. Okay, sollen wir uns da drum kümmern? Ja. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Und jetzt sind wir bei einem Handy-Shop. Okay, eigentlich ist es ein Secondhand-Laden. Und, lieber Herr Verkäufer. Ja. Was ist das hier? Das ist eine Polizeiserie. Sind Sie blind? Ja, das macht er richtig. Was ist denn, wo ist hier ein Handy? Ich wollte ein Handy suchen. Also das ist auf jeden Fall kein Handy. Hier, das hier ist ein 1A-Handy. Das ist ein iPhone 5. Okay, Sie halten es aber falsch rum. Und immer noch falsch rum. Äh, ja. Ja, so. Und, ja. Was kostet das schöne Ding? 2.385 Euro. Ich kaufe es. Geschenkt, hier. Danke. Und macht 2.385 Euro. Jetzt haben wir für Max Müller ein Handy gekauft. Es war so teuer, aber er wird sich drüber freuen. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Max. Max? Irgendwie! Wir haben was für Sie. Ja, was? Socken. Ja. Ja. Danke. Und ein Handy. Oh, cool. Danke. Jetzt hocke ich in den Rebirth. Nein, Fußgeld. Wollen Sie noch was sagen? Sie sind schwul, jetzt verpissen Sie mich. Ich habe besser was zu tun. Danke. 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 Vielen Dank.